Georg Breidler, wir sind endlich in Tirol, in der Heimat. Wie ist das Gefühl für dich, endlich wieder mal in der Heimat ein Rennen zu bestreiten? Ja, es ist wunderbar. Es ist schon ewig her. Ich kann mich fast gar nicht mehr erinnern, wenn ich das letzte Mal in Österreich so stark besetzt internationales Rennen gefahren bin. Und es freut mich natürlich, vor heimischer Kulisse zu fahren. Doppelt so schön. Dein Teamkollege Thibaut Pinot ist im Führungstrikot. War wieder eine sehr schwere Etappe für euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war nicht einfach gestern am Mändelpass. Es kommt noch ein harter Tag auf uns zu. Und wir hoffen, dass wir das verteidigen können. Morgen, letzte Etappe, geht auf den Kurs der Radweltmeisterschaften in Innsbruck heim September. Spielt das für euch, für dich persönlich oder für die anderen Fahrer eine große Rolle? Motiviert das zusätzlich? Ja, auf jeden Fall. Es ist erstens wunderbar, den Kurs kennenzulernen. Da kann man schon ungefähr abschätzen, wie die Anfahrt ist, wo man es sacken lassen kann, wenn man so gut so sagen kann auf Deutsch. Und eben in Innsbruck, das Finale ist auf jeden Fall spektakulär. Zweitbester Österreicher, Georg. Was sind deine Ziele für die letzte Etappe? Ja, es ist mit dem Österreicher halb so schlimm. Wir wollen die Rundfahrt gewinnen, ja. Ja, es ist mit dem Österreicher halb so schlimm.